Radio Raufas Steffi Smartphone App-Tipp Diesen Monat küren wir auch wieder unsere App des Monats. Und zwar ist im Februar unser Gewinner die App des Tages. Ihren Namen hat sie, da es jeden Tag eine andere App zum Gratis-Download anbietet, die normalerweise kostenpflichtig ist. So haben Sie jeden Tag einen Tag lang die Chance, kostenlos kostenpflichtige Apps herunterzuladen. Viel Spaß mit unserer App des Monats, die App des Tages. Stefanie Stiegler für Radio Raufas Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017